Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Practice-Runde. Ist für uns immer noch der gleiche Tag, das heißt, wir haben gerade quasi zweimal Spiele verloren, die wir nicht unbedingt hätten verlieren müssen, denke ich. Gucken wir mal, wie es im Letzten läuft. Ich habe mir eigentlich angedacht, Double AD Carry Botlane zu spielen, wie wir das auch beim letzten Mal schon ein paar Mal gemacht haben. Aber dann... Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wieso wir jetzt lange wegs... Ach, weil Renate gut ist gegen Resets. Ah, mal gucken. Es könnte doch auch sehr gut Rumble Mitte sein, ne? Ja, stimmt. Und die werden in Vaden wahrscheinlich. Ach, die wollen in Vaden? Okay. In Vaden... Nee, die in Vaden? Nicht? Okay. Ja, hier in Vaden. Doch, die in Vaden weird. Ich bleibe einfach Top-Name-Busch stehen. Ah, die sind an unserem... Ich habe die gespottet. Der Rumble ist hier noch reingemovt. Der ist, glaube ich, hier? Das hier draußen. Ja, die sind einmal über die Wölfe gelaufen. Also, das ist doch Rumble Mitte. Alles gut. First Strike, sechs Gold. Äh, acht Gold. Nice. Nice. Also, eigentlich schon gewonnen. In der Goldgriffe vorne, easy. Seit jetzt sind wir ahead. Okay, end the game. Nice. Warte, das ist gar nicht, wer am Ende mal das beste Gold hat, ne? Ich habe fünf Mana... Ich habe fünf Mana restored mit Passive Mind. Stark. Ist auch nicht schlecht. Ich stand afkar im Busch und bin Anzugführer. Oh, und ich habe nicht geflasht. Oh, Tripp, Peter. Die sind einfach von einem Bot-Lane-Invade in den Top-Lane-Invade gelaufen. Das hat niemand. Oh, mein. Aha. Oh, Gott. Also, gut. Oh, ja, das ist doch hier ein Bot-Mitte. Ja, war gelähnt es, Hauptdinger. Was ist das hier für ein... Das ist jetzt... Ich sage, das sind Ultra, die Schwitzer. Fucking LCK irgendwas, ey. Oh, das ist mich hinten. Ja, und der ist jetzt schon Level 2. Cool. Das ist gut, dann hat er den auf Level 2 nicht. Ja, aber wir kriegen ja eh das aus, Level 2. Schön, dann fährt mit Skill-Shots, ne? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ah, ausgedrubbelt. Oh, Minions, ihr Hurensöhne. Feo könnte jetzt auch langsam abkommen, na? Seine Bot-Side ist noch da. Er ist bei seinen Wölfen. Er ist bei seinen Wölfen, ey. Oh mein Gott, hast du dich gekillt. Ich hab jetzt Filter, ne? Kannst du mir helfen? Raus pushen. Äh, ich muss ins Bett, ey, aber dringend. Ähm. Ja. Also der hat keinen Flash mehr. Die hat auf jeden Fall geghostet. Was? Das hat mich getetet. Das stört mal daran, oder? Oh, warte. Push dich irgendwie raus, Peter. Somehow. Ja. Ja. Wenn du hast getroffen. Ich möchte nicht mehr, mich ins Bett, um einen Fehler noch eins zu machen. Oh, wenn die jetzt nicht drin ist, dann weine ich. Kann man nicht. Äh, ja. Ja. Also... Okay. Top-Side ist kaputt. Im Arsch. Aber ich glaube, jetzt müssen wir pushen. Ist gut zu hören. Ah, Togi? Auch alles okay? Und bei dir, oder? Ja, ich bin jetzt eigentlich ziemlich, äh... Ziemlich gefiegt. Wir sollen mal einswappen. Und das bringt mir, glaube ich, gerade auch ziemlich wenig. Ist das nicht wie zu warm? Will der back, oder? Bei mir? Ja, ich dachte, wär's noch da. Ne, ich bin, äh... Der ist auch noch da. Bei dir auch alles gut, Yannick? Ja, 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 ja. Ja. Ist gay, sag ich mal, ne? Ne, 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 ne. Also, das ist ja auch, wir, ähm... Wenn... Also, wenn die mehr Gold haben, dann machen die ja während der Renate Ulf sich auch gegenseitig mehr Damage. Mhm. Ah, ja, ist richtig. Jetzt kommt's raus. Ja. Ist ja... Also, ist ja nicht falsch. Ja. Äh, ich kann mitgehen. Oh, das Video ist Top-Line, ich bin tot. Oh, vielleicht schon noch für mich. Ah, sie ist aber eigentlich war für dich. Ah, jetzt hätte ich nochmal... War fast-reset. Weißt du? War fast-reset. Äh, ich tippe für den Scheiß, äh... Fuck das shit. Was sind noch fast-reset? Come, diven mich, ihr Hunde, alter! Ja, ich kann ihr da vielleicht helfen. Wollen die diven? Die diven nicht echt? Nee, die waren so nicht. Die haben kein Eier. Äh... 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 Wollen sie sich doch da... Äh... 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 Ja, ja. Okay. Ähm... Das war... ...knapp. Boah, ziemlich weit weg, ne? Hast du noch einen Up noch, jetzt gleich? Äh... Äh... Spiel tot. Auaaa... Das macht zwar Spaß... Ich glaub, der hätte auch funktioniert anlaufen, Auto attacken und dann ablocken. Hätte auch, glaub ich, geklappt. Ja. Das war nur ein bisschen... ...weit. Ja, ich bin durch den Anfangsbums auch so weit behind. Moment. Ja, doch. Oh, Mann, ey. Wollen wir schon zwei Level über mehr, Tuki? Pike ist da gut. Ja, gut. Bin ich auch tot, oder? Da war gerade Level 5 geworden. Äh... Ja, ich bin bei 5,5 ungefähr, aber... Pike könnte roamen. Ja, der war den Robby's. Also, der ist auf jeden Fall nicht gut, oder? Habt ihr jetzt gerade nicht einen... ...angle hier, oder? Das ist zu langsam. The Rumble is... ...miss... ...nicht mehr... ...miss... ...undder, durch... ...unds Exit Aymer. Okay. Oh, ha... ...den' svensiv di removed from... ...dickst du da rein? Die hele èlle! Wie wird denn es hier? Wie wird denn es hier... Wie wird denn es hier? WOLNITS söyleme ist hier? Ist sie jetzt hier? Ich kann da jetzt auch umgedreht sein. Okay. Ah, die Botland ist actually da, du hast recht, ja. Ja, richtig. Wir waren uns noch nicht so ganz sicher. Bis wenn diese 10 Uhr Mark überschritten ist, ist es auch immer zu spät. Ja, wir werden halt alt, ne? Ja, ist halt echt so. Ich hab Ulti? Ich nicht. Noch lange nicht. Und ich hab geoltet. Und die Digga hat kein Flash. Was, Peter? Bist du zu lase, die labern halt zu viel. Der geht nicht für den Dive, ne? Ne, der hat mich nur poked. Ich glaube auch nicht, dass wir Schaden haben, um ihn zu töten. Ja, ist geoltet. Wollen wir den zu dritt machen? Warte mal, Peter, Peter, Peter. Zu dritt? Zu dritt? Ich bin in Range, können wir den jetzt ulten? Alle zusammen? Ja. Old, old, old. Toki auch old? Ich hab ja noch Flash auf, ja. Guck mal, ob ihr den kriegt. Oh Gott. Oh, den kriegen wir nicht. Okay. Doch, Peter. Wir haben recht. Ey, Shutdown. Danke. Habt ihr den gekriegt? Ja, nice. Ja. Easy. Weiß ich jetzt nicht. Mal mal ein bisschen. Seht ihr da unten? Ja, leider. Leider nur fast. Was macht der hier? SL5, ne? Ja gut, aber ich kann auch verstehen, dass du nicht davon ausgehst, dass ich's gescheitzt habe. Jon moved. Vielleicht den Bot? Komm auch? Ja. Mhm. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Wir haben einmal gut gespielt, ne? Ja, haben wir einmal Dinge getan. Dann reicht das nicht, weil wir so behind sind und dann kommt wieder die ganze Kavallerie. Dann haben wir direkt zu viel gewollt. Vielleicht jetzt einen ganzen Tower? Wie viele Goobies haben die? Drei. Ah, nur vier Platten. Ich hab einen 10 Sekunden Ulti. Ich hab einen 10 Sekunden Ulti. Ich hab einen 10 Sekunden Ulti. Aber Peter moved. Ich hab keinen Item. Danke. Den haben wir nie im Leben. Wenn ich gleich mein Item hab, mach ich... Ja, ich hab mein Item noch nicht, ne? Wenn ich in der Base wäre, dann hätten wir die... Heike Spot? Ich hab auch nicht. Weil die braucht ja mein Item, was passiert. Ah, Peter-Chan. So macht Pipiu. Quatsch. Kilometer behind. Wie gesagt, ich war nicht in der Base, aber... Das war ein Kilometer-Score noch. Easy. Ja, der ist nicht reingegangen mit dem Dings. Okay. Ja, ich hab einen. Ich tipp mir die Wollen, bot diven. Schau, wie darfst du. Tja. Den gleichen Song nochmal. Vielleicht darfst du auch gleich wieder toplänen. Ich kann vorstellen, dass er hier ist gleich der Obweg-Score. Also jetzt hab ich den Schaden. Jetzt können wir bitte killen, wenn du möchtest. Ja, ich werd erst mal... Peter, dein Red-Buff ist geworden, ne? Oh, oh. Oh Gott. Ulten, 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 ulten. Ach, Mann. Langsam und scheiße einfach. Ja, ich sag mal, wenn ich vielleicht auch nicht die Jinx in deiner Ulti kommt, Ulti. Das ist auch besser. Für uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Oh, die Karte brennt. Ja, das ist aber schon mal länger so. Die Karte brennt seit Level 1. Also... Ne, wir werden abholen, seit dem Jungle nie zu dritt bei mir im Jungle. Ich kann sagen, wir haben Level 1 in der Welt und wir haben 0,0 darüber geredet, was wir machen dagegen so. Also wir hätten ja, wir hätten ja deren Bot-Zeit nehmen können. Und alle möglichen Sachen. Aber wir haben einfach quasi First Clear, haben wir einfach drei Jungle-Hälften, also drei, ja. Drei Jungle-Hälften abgegeben. Aramismus? Nicht nur First Clear. Ja, auch Second Under Third. Ja. Ach so, brennt es hier. Der Greta ist auch hier. Der Greta ist für mich da. Der Wego ist auch da. Oh mein Gott. Ach. Ach. Machs bei. Ach. Ach. Ach, ist doch. Oh, okay, cool. Ja, dann machen wir uns Aua. Ja, cool. Der Viego kommt hier rein, Peter. Ja, den hast du doch, oder? Na ja, warte. Lass mit uns, wir machen das nicht. They're looking on us. Gut. Aber ich hab das Gutes auch, Peter. Oh, Alter. Kannst du ulten? Kannst du ulten? Kannst du ulten? Nicht du, Peter. Du hast ja fast Peter reingebettet und da mit zwei Mann rein. Oh, war so schade. Naja, ne, ich glaube hier, sonst ist der Viego gleich bei dir. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier alle rausgeflasht. Oh, Peter hat nicht ein Kessel in hier. Ich hab einfach übermal drüber gedroht. Ach, Peter. Aber es ist halt auch... Also... Ich meine, es ist... Oh, das hat keine Ultimate, glaube ich. Ich glaube, wir können Sachen hier mittlerweile perfekt spielen, was wir nicht tun. Und das recht trotzdem nicht. 18, Peter. Ja. Rombard kein Flash mehr. Und keine Ulti. Der Dings ist da. Fighting. Gott, er will hier rüber. Mach. Oh mein Gott. Oh, das wird reingebett. Oh Gott, Alter. Okay. Jaja, wir haben eine Chance. Jungs, winnable. Ich glaube, ich glaube, ich... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Ohne. Ich mache denen Angst. Das ist für die Wave. Ja. Nice. Der Vogel ist da. Hier? Oh, ne. Hier? Ja. Ich kann nur das machen, was ich mache. Du. Huch und so. Nein, das ist auch gekommen. Ja, warum ist es nicht mehr? Ich dachte, die ganze Zeit hier, Dinger. Ja, war doch gut. Hast du da gemacht? Da haben wir da. Hey, ich sag dir, du hast da gemacht. Oh. Okay, also Lars Titten, ne? Ja. Ja. Äh. Ich bin einfach tot. Mhm. Naja. Äh. Äh. Lalalala. Wenn Jingle ist... Wenn Jingle ist ein Tower Lars. Wartet jetzt. Dann... Kommt die Move und Splitter. Das kostet. Warte, warte. Du hast ja jetzt gleich Ash oiled. Jetzt werde ich in Range. Äh. Shutdown. Shutdown. Wuuu. Ich bin einfach für die Shutdowns. Ja. 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 Ich bin für das Schaffens auf Yannick und dann trägt er das. So, Yannick. Ja. 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 Der letztes Spiel ist recht. Ja. Der hat das war. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das ist so. Nice. Da kriegst du die Fragezeichen Pfingst. Ich hab' ich verbringen. What the fuck? Der hat mir einfach 700 Gold gegeben, weil er gedacht hat, ich hab' kein Flash. Tja. Was? Dax. Der Wiego geht für den Tower, der ist gone. Ich hab' keine Ulti. Ich hab' keine Ulti. Okay. Ah. Nachteilig alleine lassen. Und dann bin ich gedeifft. Ja. Ja. Ich hab' keine Ulti. Ja. Ich hab' keine Ulti. Ich hab' keinen Ulti. Ich hab' keine Ulti. Ach, ich will wirklich ins Blatt einfach. Das reicht mir auch. Ich dachte, für dich hab ich auch. Ich wollte extra den Kill nicht nehmen, hallo. Ach, ist das alles schön hier. Ich hätte den Zell geworfen, wenn ich den Kill genommen hätte. Such fun, much amazement. Tocke, du bist auch aus der Statline abgewichen, ne? Weißt du, wenn du Kills machst, dann kriegst du wieder Gold, ne? Ach, ich kriege mal Farb, das ist gerne. Ja, Tocke ist fighting. Fuck das Game, Alter. Ich will auch schlafen. Er ist ein Schlag von uns. Er nimmt hier auch noch mal... Also ganz verkehrt bin ich grad nächer. Ich hab ganz so nicht... Du kriegst wahrscheinlich weniger Schaden, ne? Ich hab auch fast zwei Items. Guck mal her, da. Guck mal her. Ich hab grade eins. Ich hab keine Ulti. Ich kann mich lecker machen wieder. Ja? Ja, alles klar. Stark. Okay. Wegen deiner Lanze. Weil ich die irgendwo ganz woanders hingestellt hab. Ja, hier, ihr beim Blue Bob. Drake, vier Sekunden. Wie ist das alles zu gut? Willst mich Yon? Ich hab gleich Ult. Was? Ja, der ist angenehm. Ja, der ist angenehm. Ja, das ist... Was ist mit dem Yon da? Ja, weiß ich nicht. Der hat kein Ulti mehr und der hat einen Schaden gemacht. Darf der das? Ja, ein Schaden macht. Ja. Ich hab schon wieder keinen Assist bekommen, Alter. Ich hab hier, Drake. Mach hier. Ich versuch hier... Ich weiß nicht so genau, ob wir da reinmoven dürfen, ohne dich. Um ehrlich zu sein, aber... Ja, die Dings ist ja hier. Die denkt ja, die wär jetzt hier. Ja, aber der Rumble. Du hast doch gesehen, wie viel der mit einem E macht. Ja. Ja, mit einer Ulti ist er tot. Ja, aber wir haben doch eine Javan Ult, ne? Kriegt ihr den geultet? Den? Den Rumble, dann ulti ich zurück. Äh... Oh, 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 ja. Oh, big Ulti von Peter. Von... Wie heißt nochmal Lukas? Jem, 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 jem. Tja, entipin. Ich komme, ich komme, Jungs! Ich komme! Krass alles. Oh nein! Oh mein Gott. Hier? Was? Oh, ja! Oh, ja. Ich glaube du musst möglichst weit weg und dann vielleicht... Ja? Pass auf, der kommt da wieder. Ja, ich... 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 mach da nichts. Oh, 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 oh. So close. Auch. So close, jetzt so far. Ach ja... Komm noch, ihr was lädt. also keins von meinen zwei items kann ich upgraden von meinen ich bin so hard behind dass ich kein item bauen konnte was mich upgraden lässt ich habe acht gold bekommen ich hatte die hoffnung dass wir jetzt gleich ein ult combo können ich habe keine ulti von einer halben minuten die links wird auf kurz oder dann glaube ich einfach den tower nehmen da wird sterbe ich nicht daran hier noch mal nur etwas dann gefiegt tot ich bin auch toll rumbler kein fleisch mehr aber rumbler kein fleisch ich hab noch und hier mal jetzt einfach weil ich tot bin ja die machen den weil ich jetzt dort bin wahrscheinlich ja nur drei leute rumblers wort so okay ja wir haben einfach einfach im knock-up weiter das ist gut ich kann mit support hier sonst zweiter bei uns und wir könnten jetzt hier rein flanken auch ja laufen mit runter können wir wollen wir halten ich habe keine ja und das bordzeit ja und zwar zeit und so schlecht durch so vorsicht zahlen waren auch irgendwie hin und her und wir zu viel top 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 okay alle auf die top ich hab tp ab wir haben noch nicht gestartet kann wir ja nur hier rein mord kriegen ich muss ja und so macht damit wege hat das nein ich habe jetzt gleich hier meinen focus reisen ja anders machen wir noch mehr schaden man kriegt ja hier mal abgegradet das item frage wenn wir den ding zählt haben okay okay ja ich komme in der richtung wenn du weiter rennst und ich ihn gleich wir haben keine ruhe sind auf die wir sind nicht am bären sie waren da aber so nicht dran er vielleicht einfach ja ich habe gestartet ich habe tp also der ist der solo und der pike auch wir können den machen oder der rumble kann von oben zu euch kommen können wir das oder hätten wir ein turd nehmen sollen das doch rumble ulti auf jungs vielleicht feste ich ihn jetzt einfach ja ich habe nicht bewegen kann kann man irgendwie auf ihn oder dass ich mich da ausprobieren alter okay das ist jetzt ein bisschen auch was hier passiert hier ist ein dp bei mir okay umdrehen ich wollte hier hier ist noch einer ich hätte uns nicht dort dran machen wir können wir können wir dinge machen ich habe gerade ein official quadra oder was ist das mit drake ja ich wollte gerade sagen das ist toll für die die hätte keinen smite ne rennen durch rennen durch smite ihn weg alle spells zu nutzen zum schnell sein dass man raus mit tor mit tor kümmer dies dies die leite ist die muss noch bäsen die ist auf tempo einer hallo lagge steht sei die welt wieder ich wollte noch mal ein bisschen hochgelaufen will jetzt die worden 100 vor oder der kommt da wir haben gerade hier geworden wer hat diese aufpassen da ist so ein feuerfeld ja komm ich habe keine aufpassen und wir haben jetzt schnell die wave direkt zero äh unser dungler weg nee ich wollte gucken ob der rumble da wieder um die ecke steht ist da die ego irgendwo oh ja da sieht schlecht aus geist äh raus 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 na gut dann nochmal über base oder was ich hab keine words mehr ich hab keine words mehr ich hab keine words mehr ja ja vego fast tot kauf ich hier eigentlich schon ein oh ja actually fast tot wir haben fünf sekunden und die ich mit darunter feiern kann wir haben schießt also kann es einfach noch nicht wenn du was hättet ne 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 meint okay das ist doch mal live schade kann man jetzt nochmal berlin tanzen gehen Ich hab mal gute Erfahrungen gemacht. Ja, Yon spots it. Yon spots it. Ja, ich komm zum Tanz. Ich benutze ein bisschen Springpflanze hier. Okay. Ja, jetzt Baron, Baron, Baron. Zwei tot. Zugriff. Ah, der Jungler von denen ist auch was tot. Ich werfe aber so lange beim Yon. Ich hab TP ab. Ja, der Yon ist legit tot. Ah, nicht der Yon, der. Ego. Der Yon. Wir? Okay. Na, jetzt haben wir. Der Bumble ist in der Mitte, den kann ich nicht aufhalten. Ah, wir kommen jetzt. Ich muss den einfach Board annehmen. Ich hab den Künstler kaputt. Kaufe ich, es ist alles für euch. Noch mal durch, Peter. Okay, noch dann ist es. Ah. Ah. Werkspflanze. Aber egal, vielleicht. Oh. Chris? Ja. 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 Schon nach Wochen, Peter. Habt ihr den? Ah, ja. Mitte? Oder noch? Haben wir? Ja. Wir haben jetzt 50 Meter. Dings das Tablet. Ich bin hier ein bisschen hinholen. Ich bin ziemlich strong. Also ich hab auch... Dann haben wir ja lieber runter zu Chris gehen. Weil ja alleine... Ja, ich sehe da auch schon... Ja. Ja. Das ist sowieso besser, wenn wir nicht gegen Dings minions pushen. Rambles, ja? Ja. Ja, zusammenkommen. Dings hat Top Zeit. Dings wurde ich hab, was sie da ist. Ja. Das hat die Gebäude. Achtung. Pike, Pike, Pike. Oh. 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 Nee, nee, der ist tot. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh Gott. Okay, Macher. Macher, ja. Nice. Saved. Das war nur fast ne Katastrophe. Quatsch. Ja, 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 ja. Sind doch alle healthy. Möhn. Piu, piu, piu. Wie wär's? Mit dem Exit Drake? Wollen wir den mal? Ja, lass mal, lass mal vielleicht jetzt nicht alle sterben. Und unsere Midlane läuft auch komplett rein. Wie sieht das aus? Was kann ich am besten... Ich bin in 15 an. Was kann ich am besten holen, um länger zu überleben hier? Ja. Die Guardians, Kappa. Oh, da ist der. Da hat er gerollt, der ist hängen geblieben. Nice. Äh, unsere Fels ist immer noch drin. Der Herr Peter hat das. Ja ich bin da, ich bin da. Ich darf. Also, wir müssen in den Weg. Ich heiß nicht, also. Ja, Peter, welches hat? Hast du vorne? Anderst ist gar nicht, ne? Hm? nicht mehr die haben wir hier irgendwo ein engel irgendwas hier ich muss da mal einmal kurz schild geben ist immer wichtig wo kam der her ja starkes timing aber ja hallo ja weiter 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 können wir irgendwie so stark 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 schon passt die haben wir mit der fast tot immer mal wieder ein schild geben haben wir nicht überhaupt hier tanken finde ich das keine gute idee lasst rausgehen jungs lasst rausgehen bitte ja zusammen raus ich bin jetzt nicht nicht ich darf nur noch ein paar meter mit der ächelung mit ächelung ächelung schießen da ja fliegt du hast getroffen oh mein gott es gibt eine runde haben wir noch nicht so geschossen ich habe auch wert also bei beine wenn deine trifft ist auf jeden fall safe tot weil dann dann das ist ja ja nein aber ich also da wo ich ihn geämt habe das war aber es gibt keinen richtigen grund warum die da langlaufen sollen soll ich eigentlich meine boots verkaufen ich hab halt ich hab das hat sich gehört dann bist du was von tot wenn ich einen rumble ulti hittet ja die frage lebe ich wenn sie mich hittet ich komme als backup auch ich glaube wäre geil wenn ich mein ult abhabe und ich einfach jemanden rausnehme vorher schon ich bleib mal ein bisschen weiter hinten weil ich kenne mal wo die gegner sind group stay group stay group ok ok angle rumble ok ich komme rein ich habe hier zwei gechatten zwei gechatten rumble low rumble hat 100 hp wir sind jetzt deutschen er nicht ja ich habe auch noch ulti wir müssen eigentlich mit botlen wave wir müssen den video ist noch bei mir ja hier ja die grund und jinks sind nicht da ok play sports hast du das gesehen? ich habe den video ich habe den video hallo ja können wir finischen wir haben also ich habe nicht ich schlag mich mit dem wir haben 30 ich habe den video ich habe den video also ich habe ihn nicht aber ja ich habe mich mit ihm geschlagen oh nein sport hallo 20 bis rumble 15 diesmal tanky jungs und diesmal einfach ja bitten ich kann da nicht ran dann kriege ich das maul dann gehen wir wieder ok dann gehen wir wieder ok jagen 30 jagen 30 jagen 30 ich schaffe kurz neid haben können wir hier trappen ok sword jemand den komm ich da ran ja wurden alle gesehen ich habe ulti klar von so einem engine tanz wie ich beschütze ich du kannst ja nicht peter ja nichts richtig ja geistig ich habe sie sind die sind glaube ich am barren hat jemanden hier hock hock shot ja ja zum ding her dran fast fertig hast du ein echter das erinnert stimmt ja wollen sie noch leute oh drake 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 ich kann den video chasen ok wollen die anderen den drake haben damit wir ja ja gut ja 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 ist da ja die sind ja 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 das ende oben top side space 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 die jinks hat keine sommer naja aber dies mit der wavetops wenn du da auch noch mal auf die flagge kust dann hörst du die beide tatsächlich nicht ja ich hab extra zwischendurch immer noch ziel gewechselt für hier von heaven ja aber hat nicht gereicht du kannst du immer was ich abgeben können ich weiß nicht was auch noch werden kann das ist vielleicht auch nicht so ja das ist das ist aufgabe von order support items oder was alter wo steht das denn das ist ja echt mit runter ich kann was das alte items alter aber wenn du hier der ding aus der lorikas mundstern oder der das ist ja kein jahr mehr Ohhhh, so sad. Hm. Auf jeden Fall hier kein GA. Hast du gehört, Lukas? Hast du? Hast du nochmal? Ah, der Plastik. Das ist sowieso schon Full Slots oder neu? Ah, ich kann, äh, ja. Warte. Äh. Ich create a big board. Wenn ich die Ultra. Ja. Ist ja nice. Hast du Material ab? Äh, unten und oben, überall zusammen. Oh, hier, hier. Können wir den kennen? Stimmt. Okay. Oh, ich dachte, der dreht um, wenn ich das mache. Ja, die nehmen jetzt Base. Und noch ein Inhab. Ja. Ja. Und noch ein Inhab. Jetzt kann man... Nice. Ich kann ulten. Ja, und zu spät. Ja, okay. Mhm. Ich höre alle raus mit ihrer verkackten Scheiß-Sammlung nach. Zick-Zack, Alter. Ich ficken, Alter. Wir haben die Jinx. Es fliegt noch ne Ulti. Der trifft sogar hinten noch, oder? Nene, der ist nach unten gegangen. Ja. Ja, jetzt haben wir drei Inhabs offen, ne? Mhm. Free Farm. Free Farm. Nice. Ja. Ja. Nein. Noch nicht, aber... Soge, was kannst du upgraden? Kannst du Redemption upgraden? Ne. Ich kann Dingens upgraden. Dann, äh... Hier das Schild... Das Schildding... Schorias... Gib mal oben in der Suchleiste. Ja, ja. Ich hab jetzt ein Schild. Ich hoffe, das ist das, was du meintest. Ja, das ist das. Das ist... Oh, mein Name. Joa. 1.30 ist nochmal... ...n fucking Camp Deck drängen ab. Was? Ja, vierzigsten Minute. Man, das ist auch wieder so typisch, ne? Das ist das letzte Spiel... Das letzte Spiel so ewig lang gehen muss. Natürlich. Ja. Ja, wir sind für die maximale Anzahl an Dragons gegangen. Easy. Wollen wir hier schon einen Kill? Naja. Oh Gott. Irgendwer ist da noch hinter. Hier ist der Pug. Soll ich gleich einfach mal wieder in der Mitte ulten? Oh, die Rumble ult ist raus. Rumble ult ist raus. Hier? Hier? Die waren jetzt nicht feiten. Er hat halt auch ein... ...mensch hieß, ne? Hier? Ich bin nicht bei euch, Jungs, ne? Das ist schnachläufig. Das ist schnachläufig. Ja, ja. Das schnachläufig. Ja, ja. Das schnachläufig. Hallo? Ich stehe nach vorne wie Retard, hallo? Ja. Geben wir jetzt Seel einfach ab, oder? Ja. Komm, hier der Jon, den kann man vielleicht fangen hier. Der kommt gleich auf mich. Er weiß nicht, dass er auf dem Ward steht. Der wird echt geil auf mich. Ich sag's dir. Ja, komm, lass den Jon gehen. Ja. Ja. Ja, nice. Komm. Potion, pushen. Wir müssen die Ways of Pushen. Wir wollen direkt die Baron, ne? Ja, ich tp. Ja, nice. Komm. Potion, pushen. Wir müssen die Ways of Pushen. Wir wollen direkt die Baron, ne? Ja, ich tp. Ja, ich tp. Wir müssen jetzt die Ways weg, ne? Wie sonst, ganz so. Wir müssen jetzt direkt für den Pick gehen, weil... Ich hab keine Ultime mehr. Ja, der Rumble? Ja. Ziemlich splittet, Jungs. Ja, unser Bass. Gebasen für Bass. Bass, Bass, Bass. Okay. Ja, drei offene Nips ist ein bisschen lost einfach, ne? Ach, man. Das war gut, bis es noch nicht mehr gut war. Erst war es schlecht. Und dann war es... Besser. Und dann war es wieder schlecht. 4.000 Charmen von Rumble. Puh. Ich bin noch langsam unterwegs. Facetank die jetzt einfach, Yannick. Okay, vielleicht haben wir rüber. Vielleicht auch rüber? Okay. Ah, okay. Du bist auch drin. AAAAAAAH! Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich will nicht mehr. So, die kommen jetzt hier. Chris, wir müssen Dinge tun. Ey, ich hab nen Flank von hinten, Jungs. Alter, ich kann ihn nicht drücken. Ah, ihr habt ja noch Dings, ne? Ja. Ja, killt den, killt den. Ah, habt ihr nicht noch. Oh, schau mal. Oh, ja, wahrscheinlich. Nein, nicht. Oh, zu früh. Egal. Schell gemacht. Hahaha. Ahhhh. Ahhhh. Oh Mann, das hättest du anders gemacht. Schellen wir am Fertz. Ja. Gut, ich kämpfe auch. Oder so. Oh Mann.